Hallo zusammen, ich bin der Rico. Ich arbeite im Acaso Medendorf als Fage und zeige euch heute einen Einblick in meinen Alltag. Als Fage in der Lehre ist man zuständig für die Pflege, für die Vitalwerte und für die Bewohner, dass sie sich wohlfühlen. Was ich da sehr schätze, ist, dass meine Vorgesetzten ein offenes Ohr für meine Ideen haben. Zudem haben wir eine super Küche, in der man Mittagessen kann, plus Salat und Dessert für nur 10 Franken. Ich finde es mega cool, dass wir einmal im Monat mit Bruce zusammen sitzen und ein Fallbeispiel von deinem Alltag anschauen. Wenn du den Beruf machen möchtest, musst du geduldig sein, kommunikativ sein und medizinal-technisch Interessen haben. Du hast jetzt einen Einblick gesehen in meinen Arbeitsalltag. Wenn es dir gefallen hat, dann bewirb dich doch bei Acaso Medendorf. Wenn es... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020